oh was haben wir heute nikolaus zeig mal was hast du da hat der nikolaus dünner gebracht auch rein in die schale große schlachterplatte was ist das denn ein hatzl ich habe einen lebkuchen bekommen danke nikolaus danke für deinen tollen brief ich habe mich sehr gefreut bleibt so wie du bist dein nikolaus nikolaus kann er mal gut malen der turbo laus ja gut das haben wir alle nicht gehört lumen hat wieder fürchterlich geweint in der schule so doll dass sie sich nicht mehr beruhigen lassen und eigentlich durchaus hätte abgeholt werden können auch habe ich nicht genau erreichbar war ich habe den gemüsesaft mitgebracht das ist gut du hast da bloß einmal daran genippt du hast doch so einen tee bei getränke auch noch mitgenommen habe ich noch gar nicht aufgemacht ach noch gar nicht wenn er offen ist dann war ich nicht ich dachte du hast da kurz einen schluss genommen gefahren ich habe doch noch in meiner hundeklappe hinten im geräte schuppen vom auto ein paar beheizbare c wärmer gefunden das ist ganz gut also genau jetzt sind die winter nicht mehr so wie früher wo man dann minus 20 grad oder 25 grad hat aber das ist schon ist schon schön warm hat uns das ist schon toll der sonne ist ja ja naja das ist ja alles auf zeitraffer und da muss ich nur gucken jetzt was angefangen aber ich habe es jetzt nicht mehr geschafft da wollten meine kinder natürlich auch noch was von mir haben dann haben wir noch getobt und dann war Anouk auf einmal so müde hat sie sagt Papa komm kuscheln ach das ist aber auch schön ja na und heute haben sie halt um 15 uhr beginnt der weihnachtsmarkt dort an der schule wo sie dann selbst gebastelt hat oh hat ihr ein bisschen bewölkt nein das wird auch ein bisschen stürmig heute glaube ich die Wolken dort nicht geil ja selbst gebastelt das was sie da extra für den markt gebastelt haben wird da verkauft und da muss ich natürlich dabei sein ja natürlich ja 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 aber immerhin warst du jetzt dann früher zuhause als wenn du den Fahrradladen wärst ja auch ja 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 normalerweise ja das hat etwas maliges bemängelt aber naja jetzt ziehen wir heute noch durch hier und dann ist das Ding auch hier essen würde ich mal sagen na ne das werde ich heute ich weiß noch nicht was ich mit ihm mache also naja komplett vielleicht nicht aber erstmal ist das also absetzen vielleicht bis da wo ich gestern den Ast über das Dach entfernt habe also bis dahin so und damit der da großteils entlastet ist und dann hat er da nicht mehr so viel Masse wenn der Wind drin geht dann muss die Bruchlastsicherung nicht mehr oben sein und dann ist hier natürlich mit den Verwachsstellen immer noch so das Ding da muss ich mal vorm Schlafen gehen drüber nachdenken mal gucken wie am Ende des Tages so aussieht schauen wir mal eine felle Mauer zur vollsten Zufriedenheit des Kunden das ist doch schön die Hauptsache naja viel Spaß nachdem dann ich die 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 Vielen Dank. 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 Ich kann sogar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Schlafbahn, ne? Ja, gehen wir jetzt da zum Weihnachtsmarkt. Da schläft. Und jetzt ist der Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt ist so ein bisschen ins Wasser gefallen. Es stört. Und ich würde mal sagen. Und ich würde mal sagen. Und bis dann. Und bis dann. Und...